Hallo, ich bin Fouca Tran von Savont und ich möchte euch heute zeigen, wie man den Savont Seifenhalter benutzt. Innendrin ist auch nochmal eine Anleitung. In jeder Verpackung ist einmal Saugner für den Magnet und ein Seifenplättchen drin. Jetzt bringe ich erstmal das Seifenplättchen in die Seife ein. Und den Saugnapf ins Maschbecken. Fertig. Jetzt kann man sich die Hände waschen. Es kommen keine Wassertropfen nach außen, weil die Hände bleiben immer drin. Und die Seife trocknet schön ab. Ah ja, und wenn ihr keine Lust habt, das Plättchen in die Seife zu drücken, gibt es bei uns auch die Savont Seife mit den bereits integrierten Plättchen.